Yo Leute und herzlich willkommen zu einer kleinen Test-Stream-Ankündigung. Und zwar nicht nur einem kleinen Test, sondern einem ganzen 24-Stunden-Stream. Und zwar ja, der fängt gleich sogar schon um 16 Uhr an. Mittlerweile ist der ProPen, er wird mit mir wahrscheinlich 24 Stunden durch-Stream. Und zwar das Hersteste daran ist, ich hatte halt einfach gerade Schule. Also man müsst ihr euch vorstellen, ich bin vor knapp 10 Stunden oder vor 9 Stunden aufgestanden, also um 6 Uhr. Und hab sozusagen schon 10 Stunden nicht mehr gepennt. Und jetzt nochmal 24-Stunden-Stream zu machen. Ist schon nicht so geil, aber trotzdem werde ich es für euch machen. Wir sind auch schon 145 Abonnenten geworden. Also wieder zwei Leute dazugekommen. Mega, mega cool. Und das heißt, das müssen wir schon ein bisschen feiern, denn wir sind jetzt fast 150 Leute. Und vielleicht feiern wir sogar den 150. Abonnenten heute im Stream. Das heißt, ich mache so eine kleine 150-Abonnenten-Special und zwar mit dem 24-Stunden-Stream. Und ja, seid gespannt. Er fängt jetzt schon um halb vier an mit ein bisschen Musik. Wer ein bisschen mit dabei sein will und mitschirmen will, kann natürlich alles machen. Und dann würde ich sagen, klickt unten auf den Link. Und dann würde ich sagen, bis gleich Leute und ciao ciao. Und bevor ich es nicht ganz vergessen habe, es haben natürlich alle, die sich als Moderatoren beworben haben, haben gewonnen. Zum Beispiel David Sianas habe ich gelesen, das geile Gedicht von Christoph Benedikt habe ich auch gelesen. Seth habe ich noch gelesen und noch weitere andere, wie zum Beispiel Gameboy sind dabei. Also ihr seid herzlich mit eingeladen, als Moderatoren zu sein. Also alle, die sich beworben haben, sind jetzt Moderator. Meldet euch einfach im Stream. Und da werde ich euch schon sehen und erkennen und würde ich sagen, meldet euch einfach genauso an wie in YouTube. Macht sozusagen einen kleinen Extra-Account, als Mod zu werden. Und ja, da würde ich sagen, wie gesagt, sehen wir uns im Stream. Ciao, ciao.